So, da ist gerade ein neues Video hochgeladen und es geht anscheinend darum, wenn Mamas Onlyfans Kunden die 10-jährige Tochter abonnieren können. Also, ich habe schon gesehen, es geht unter anderem um eine Wünsche, die macht ja Onlyfans und jetzt macht ihre 10-jährige Tochter halt auch Social Media, ist Influencerin. Und wenn man das dann auf seinem Account bewirbt, wo man wahrscheinlich sehr viele Onlyfans Kunden hat, dann ist das schon eine sehr perverse Kombination, muss man sagen. Ich bin gespannt, wie Sascha das Ganze hier verarbeitet hat. Falls ihr mich jetzt noch unterstützen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal, ansonsten rein ins Video. Zuschauerschaft, es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl, Sascha. Und ich habe eine Frage an euch. Und zwar, wann hattet ihr euren ersten Social Media Account? Damit meine ich natürlich auch Facebook oder auch SchülerVZ. Oh, SchülerVZ. Warte mal, wie tief gehen wir denn rein? Nein, wisst ihr was? Bleiben wir einfach bei Instagram. SchülerVZ ist, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich 15 oder so. Vielleicht ein Konto geschenkt zu eurem 14. Geburtstag oder vielleicht zum 15. Oder hattet ihr vielleicht schon einen Account mit 10 Jahren und habt eure Mama angebettelt, bis sie schließlich nachgegeben hat? Und ich war am Anfang dagegen. Zumindest trifft dieser Fall auf Anne Wünsche und ihre 10-jährige Tochter zu. Sie hat mittlerweile über 30.000 Follower. Der Kanal wird geführt von ihrer Mama. Doch ich frage mich, welche Leute folgen ihr eigentlich? Vielleicht dieselben Leute, die Anne Wünsche für einen eher freizügigeren Content abonniert haben? Oder sind es vielleicht doch die Mamis, die ihr folgen? Und ist es das erste Mal, dass... Es ist so eine abgefuckte Kombination, wirklich. Ein Onlyfans-Model, was dann ihre 10-jährige Tochter bewirbt auf dem gleichen Kanal, wo sie dann auch ihre Onlyfans-Sachen bewirbt. Das ist so eine richtig perverse Kombination. Das erinnert mich so ein bisschen an Monte, der damals Fortnite-Content für Kinder gemacht hat und gleichzeitig Casino-Content gemacht hat. So richtige, widerliche Kombinationen, muss man halt sagen, ne? Ihre Tochter sie zu einem Kanal überreden muss und Anne Wünsche nachgibt, obwohl die Tochter viel zu jung ist. So, und jetzt ist sie noch grad mal 5 oder da war sie sogar noch 4 und noch nicht mal 5. Und ich sag, ach, ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Sie ist auch viel zu jung dafür. Sie hat so drum gebäppelt. Warum es für Anne Wünsche gerade ordentlich Kritik handelt. Nicht handelt, Haargelt, Digga. Und es hier teilweise um noch viel krassere Sachen geht. Und das ist halt... Kinder, Leute, Kinder. Also man hat einfach wirklich gerade, ähm, Kinder-Geschrei klingt gerade so, als ob es die Kinder... Also die haben gespielt oder so, einfach Kinderlärm. Und sie zieht da ihr weißes Schlaft-T-Shirt hoch. Das alles erfahrt ihr an welchem Tag auch immer mit niemand Geringerem als eurem volljährigen Girl, Sascha. Doch was ist pass... Hallo, schöne Frau. Mama, ich kann grad nicht. Ich bin mitten in einem Video. Liebe Grüße an die Zuschauerschaft. Ja, Zuschauerschaftsgrüße von meiner Mama. Nur ganz kurz, hast du eventuell ein Code von Motetos? Du weißt schon, dass es die, die gegen Lebensmittelverschwindung vorgehen und bei sich auf der Seite zu den günstigen Preisen verkaufen. Ich hab so eine tolle Creme gesehen. Mama, du weißt so, dass ich mit Motetos erst im Mai arbeite und dann ein Code kriege, oder? Kannst du noch warten? Willst du, dass deine Mutter stirbt? Gib mir ein Code! Na gut, mit dem Code 18, Sascha kriegst du 18% bis Ende April, okay? Aber sagt das niemandem. Ich bin dann jetzt shoppen bei Motetos. Beeilt euch. Tschüss! Mua! Zurück! Fand ich süß, auch wenn es eine Werbung war. Fand ich das wirklich, also die Mutter macht auf jeden Fall einen sympathischen Ende. Zum Thema, wer ist Anne Wünsche und warum finden viele ihr Verhalten fragwürdig? Wenn ihr mich schon länger begleitet auf diesem Kanal und davon gehe ich aus, denn meine Zuschauerschaft abonniert mich natürlich, dann werdet ihr feststellen, dass der Name Anne Wünsche nicht fremd ist. Damals habe ich mit der lieben Yvonne... Ja, also ich muss sagen, den Namen habe ich sehr oft gelesen, viele hatten schon Videos über sie genommen, gemacht, aber es war nie etwas, was mich wirklich interessiert hat. Deswegen ist es jetzt das erste Anne Wünsche Video, was ich mir angucke. Und das eigentlich auch nur, weil da jetzt eine 10-Jährige mit reingezogen wurde. Ein Video gemacht, wo wir eine besondere Thematik aufgearbeitet haben. Und zwar hat Anne Wünsche Werbung gemacht für eine Erwachsenenseite, hat dabei das Ausziehen bzw. nackt im Netz zeigen auf eine gewisse Art und Weise verharmlost. In dieser Richtung, also da postet man halt freizügigen Ducky-Dye-Content oder auch mehr. Und hat dabei finanziell von dem ganzen Prozedere profitiert, ohne das aber von Anfang an klar zu kommunizieren. Ganz im Gegenteil, sie hat noch betont, dass sie kein Geld für diese Werbung bekommen hat. Das Ganze ist hier keine Kooperation. Ich werde nicht von denen bezahlt. Was faktisch richtig war, aber erst nach einiger Zeit rausgekommen ist, dass sie finanziell davon profitiert, wenn sich Menschen da anmelden und entweder Content kaufen oder selbst Content auf diesen Erwachsenen-Seiten. Also sie kriegt kein Geld für die Werbung. Sie kriegt wahrscheinlich einfach nur einen Affiliate-Link und sagt dann, ja, ich habe jetzt für das, was ich hier gerade mache, kein Geld bekommen. Und wenn ihr euch anmeldet, dann kriege ich Geld. Aber das ist ja was anderes. Das ist jetzt so, hat sie es so begründet oder wie? Und erstellen. Das war ein sehr aufschlussreiches Video. Es ging auch um Kritik an der Branche selbst. Das habe ich euch irgendwo hier verlinkt. Und dann könnt ihr euch das gerne nach diesem Video angucken. Das heißt, Anne Wünsche ist jetzt keine unbekannte Person. Und ja, sie ist tatsächlich auch eine sehr große Influencerin. Sowohl auf den normalen Seiten wie Instagram, als auch auf den Erwachsenen-Seiten. Sie gehört mit zu den Top-Verdienern. In den letzten Tagen fiel aber Anne Wünsche damit auf, dass sie ihrer 10-jährigen Tochter erlaubt hat, Instagram zu haben. Und das, obwohl sie eigentlich erst dagegen war. Miley, ihre Tochter, ist bereits auf unterschiedlichen Kanälen unzensiert zu sehen. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Anne Wünsche ihrer Tochter in einem sehr jungen Alter erlaubt, einen eigenen Kanal zu haben. Zumindest einen Kanal, der auf ihrem Namen fußt. Bereits in einem Alter von 4... Jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt Onlyfans-Sachen macht oder nicht, aber 10 Jahre alt. Es ist einfach viel zu früh. Was ist das? Also, hör doch mal auf mit diesem... Ja, sie will das so und sowas. Du bist doch diejenige, die von der ganzen Scheiße finanziell profitieren wird. Also sie tut so, als ob das so ganz selbstbestimmt von der Tochter ist, von einem kleinen 10-jährigen Kind. Ah, sie wollte, sie hat mich überredet, dann lassen wir... Du hast doch ein finanzielles Interesse an der Scheiße. Du weißt doch ganz genau, wie viel Geld du mit dir jetzt dadurch machen kannst. Da hat die Tochter ihre Mama darauf angesprochen, dass sie auch gerne einen eigenen YouTube-Kanal hätte, wo sie ganz, ganz viele Videos posten kann. Miley bekommt einen eigenen YouTube-Kanal. Und bevor jetzt wieder der ganze Shitstorm ausbricht, möchte ich kurz dazu etwas sagen. Nicht wir kamen auf die Idee, sondern Miley kam eigentlich auf die Idee. Und wir sind eigentlich schon seit Monaten dabei. Und waren uns nicht so ganz sicher, ob wir das machen wollen oder nicht. Sie kam halt auf mich zu und meinte, sie möchte auch ganz, ganz viele Videos drehen. Und sie möchte auch einen eigenen Kanal. Und da dachte ich so, oh nee, sie ist doch gerade mal fünf. Oder da waren sie sogar noch vier und noch mal fünf. Und ich sag, oh, ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Sie ist auch viel zu jung dafür. Bis dann Miley endlich in einem vernünftigen Alter war, und zwar fünf. Und dann hat Anna gesagt, weißt du was? Okay. Ich bin eigentlich dagegen, aber ist okay. Du bist jetzt alt genug. Du bist fünf Jahre alt. Sie hat so drum gebettelt und dann habe ich ihr vor drei Tagen gesagt, dass ich mir das überlege, ob sie einen YouTube-Kanal bekommt. Und dann hat sie mich so freudig umarmt, dass ich gedacht habe, okay, wir versuchen es. Und so konnte man dann bereits vor fünf Jahren eine... Also, wenn ein fünfjähriges Kind dir sagt, das möchte ich jetzt haben, naja, wenn sie dich so lieb umarmt, dann kannst du... Dann hat sich das ja gelohnt. Ich meine, du bist ja nicht die Mutter und solltest besser wissen, dass ein fünfjähriges Kind was gut für dein Kind ist, aber okay. Fünfjährige Miley sehen, die ihr erstes Video hochgelandet, und zwar ein Frage-und-Antwort-Video. Ich frage mich ja bis jetzt so, was bringt die Menschen dazu, auf ein Video einer Fünfjährigen zu klicken? Also, welchen Input kann sie mir geben? Ich meine, die beantwortet Fragen wie ja, wie es ihr geht und, und, und. Aber woher kommt das Interesse für eine Fünfjährige, dass ich mir das unbedingt anschauen muss? Ich muss sagen, also, es ist schon interessant, wie Kinder denken. Also, ich finde es allgemein interessant, wenn man mit Kindern, von Verwandten, Freunden etc. redet, weil die Antworten, die sind so unerwartet manchmal. Das ist so, es ist schon unterhaltsam manchmal. Deswegen, es läuft ja auch sehr gut, Kinder-Content im Internet läuft halt super. Aber trotzdem ist es halt verwerflich, muss man sagen. Ich das meine, gucken, dass dann andere Fünfjährige, ich weiß nicht, ist alles so ein bisschen komisch. Aber Miley hat richtig was zu bieten. Die macht da Challenges, die macht da Vlogs. Das war nicht so regelmäßig, aber das war ja auch von Anne schon angekündigt. Es kann auch sein, dass manchmal drei, vier Monate oder vielleicht auch ein ganzes Jahr kein Video kommt, weil sie gerade einfach keinen Bock darauf hat. Dann ist das halt einfach so. Und so kommen über diese Jahre tatsächlich über 30.000 Abonnenten zustande. Jetzt ist das also so, dass Miley bereits schon auf dem Kanal von Anne Wünsche zu sehen war und auch schon seit mehreren Jahren einen eigenen Kanal hat. Man muss natürlich dazu erwähnen, dass der YouTube-Kanal als auch der Instagram-Kanal beides von Anne Wünsche verwaltet werden. Das steht zumindest so in der Beschreibung. Trotzdem stelle ich mir die Frage und wahrscheinlich sehr viele andere, Ist Miley denn nicht zu jung mit 10 Jahren für Social Media? Unabhängig davon, ob diese Kanäle geleitet werden von ihrer Mutter oder nicht. Und vor allem stelle ich mir wirklich intensiv die Frage, welche Leute folgen einer 10-Jährigen auf Instagram? Natürlich, wenn die Mama das anspricht und den Kanal auch zeigt, vermutlich die erwachsene Community der Mama. Dafür müssen wir uns nochmal genau den Kanal von Anne Wünsche angucken. Und zwar ist sie Dreifach-Mama, Unternehmerin, Markengründer. Also man muss halt, man muss jetzt an der Stelle erstmal sagen, nur weil sie jetzt Onlyfans macht und Leute auf ihrem Kanal sind, die sich für Onlyfans, also für sie interessieren, für ihren Körper interessieren, besser gesagt, so bedeutet das jetzt noch nicht, dass diese Personen auch alle gestört sind, krankhafte sexuelle Neigung haben und deswegen die Tochter dann sexualisieren. Das ist ja krankhaft, das ist ja nicht normal, dass jeder, der jetzt auf Onlyfans unterwegs ist, auch Kinder sexualisiert. Diese Verbindung muss man ja nicht gleich ziehen. Aber trotzdem ist diese Verbindung, unabhängig davon halt so, es ist einfach so unangenehm, unpassend. Also ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ihr Kanal aussieht und ich schätze mal, wenn sie jetzt Onlyfans-Content macht, dass sie da sehr viele freizügige nackte Fotos hat und da dann zu posten, hier meine Tochter und irgendwie sowas, so wenn ich so... Ja, so, äh, so... Und dann hier mit der... Also das ist das die Tochter wahrscheinlich nicht, ne? Das ist so viel, ich zu jung. Das wird's wahrscheinlich nicht das Kind sein, oder? Ne, das wäre schon heftig. Jetzt ist die Frage halt... Äh, ne, so... Sie die dann auch verlinkt, oder wie das... Kann ich gerade nicht einschätzen, aber ich find's weird. ...und eine Chaos-Queen, wie sie sich selbst beschreibt. Ihr werden mit Sicherheit viele Mamis folgen, die gerne auch den Alltag von anderen Mamis sehen wollen oder die sich vielleicht auch austauschen wollen, irgendwas in die Richtung. Miley wird hierbei völlig unzensiert gezeigt. Andere Kinder wurden früher unzensiert gezeigt. Mittlerweile sind die irgendwie zensiert. Also bei Miley muss man das anscheinend nicht mehr machen. Warum auch immer. Dass Kinder unzensiert im Netz gezeigt werden, wird bereits zuhauf kritisiert. Es gibt sehr viele verschiedene Gründe dafür. Unter anderem, dass die Privatsphäre der Kinder damit ignoriert wird. Vor allem, wenn das sehr, sehr junge Kinder sind, die eigentlich das gar nicht mitbestimmen können, die das gar nicht wahrnehmen. Dass Millionen von Menschen ihnen beim Zuwachsen zusehen können. Bei peinlichen Momenten, bei Intimmomenten, bei familiären Momenten. All das wird von sehr, sehr vielen Familienvloggern öffentlich hochgeladen, ohne dass die Kinder hierbei irgendwie eine Art Schutz bekommen. Dieser Content ist von... Ja, ich frage mich auch, wie diese Kinder halt dann aufwachsen. Also du lernst von klein auf, alles, was du machst, zu präsentieren für die Menschen da draußen. Ja, guck mal, das habe ich gemacht. Du hast gar nicht mehr dieses Erlebnis für dich, du lebst gar nicht mehr für dich, sondern immer für andere. Hier, das muss schön sein, das muss passen. Du kriegst ja das alles so mit. Und wenn du schon als kleines Kind so aufwächst, dass du so erzogen bist, weiß ich auch nicht, ob das für die Entwicklung von einem Kind so gut ist. Vor allem so gefährlich für die Kinder, weil das natürlich nicht nur von familieninteressierten Menschen geschaut wird, die sich einfach gerne austauschen möchten und gucken möchten, wie andere Familien leben, sondern auch von Menschen, die den Content für ihre Vorlieben missbrauchen können. Und ich führe hier wirklich liebend gern die Jindauis auf. Und falls man die Logik dahinter nicht versteht und man jetzt hier sagen möchte, ja, die Jindauis, die werden ja immer kritisiert und die Armen, ne, ganz, ganz arme Leute. Die Jindauis sind mittlerweile mit die größten Familienblogger überhaupt. Was die an Klicks machen, das ist natürlich erstmal schön, es wäre aber noch viel schöner, wenn ihr ihre Kinder zensieren würden. Wenn ihr das vielleicht in 15 Jahren selbst entscheiden könnt und sagen könnt, ja, alles gut, jetzt dürft ihr mich zeigen, ist doch in Ordnung. Aber das lassen die ja die Kinder nicht entscheiden, sondern sie entscheiden für die Kinder. Und die Jindauis kriegen so viel Kritik, weil sie mittlerweile wirklich die Größen sind. Ja, es gibt die Harrisons, ja, es gibt Mami sehen, es gibt eine Bandbreite an Kanälen. Es ist unendlich. Aber diese Leute wurden auch schon vorher kritisiert. Die wurden auch schon vor den Jindauis kritisiert, bevor die überhaupt ein Kind hatten. Die wussten, worauf sie sich einlassen. Die wussten, was passiert, wenn die ihre Kinder unzensiert zeigen. Und nicht nur zwischendurch unzensiert zeigen, sondern full in jedem Video. Da brauchen wir auch nicht reden, ja, und was ist denn mit denen? Und warum macht ihr denn nichts zu denen? Und bla. Also, das ist immer so ein Schwachsag im Endeffekt. Also, man hat schon den Eindruck, dass sich das alles um die dreht. Ich muss sagen, die Videos sind unterhaltsam. Ich bin nicht der Fan von sowas eigentlich. Aber wenn mir sowas mal auf TikTok vorgeschlagen wird, ich meine, die Tochter ist ja auch sehr süß und für ihr Alter kann sie, wie sie redet und sowas, das überrascht einen. Sie ist so frei, wie sie antwortet auf Sachen, so richtig erwachsen. Aber es ist halt ein Kind, was am Ende für kommerzielle Zwecke ausgenutzt wird. Man gibt keinen Wert auf die Privatsphäre von einem Kind. Viele peinliche Momente wahrscheinlich auch mit dabei. Man weiß nicht, was für Leute im Internet rumlaufen, die dann diese Bilder nutzen. Also, die haben es ja eigentlich nicht nötig, ihr Kind für so etwas auszunutzen. Das ist ja der springende Punkt. Ich habe bereits zu verschiedenen Themen, zu Kindererziehung, zu einer Mami-Bloggerin, was auch immer was gemacht. Und es gibt auch zu anderen YouTubern Videos. Man muss dann nicht immer in jedem Video aufzählen, ja, neben den Jindauis gibt es dann auch noch die vier Parteien. Ja, Happy Birthday. Macht jetzt das Argument schlechter, macht es nicht. Falls da jemand die Logik nicht dahinter versteht, ich weiß, es ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig. Und es ist natürlich immer viel einfacher zu sagen, dass man nur Klicks will und sich deswegen auf diese Person stürzt. Ich weiß, es ist alles immer viel einfacher, als normal und rational auf Kritik einzugehen. Ich weiß. Anne Wünsches Einnahmequellen sind unterschiedlich. Sie verdienen vor allem sehr, sehr viel Geld mit OF. Hierbei stellt sie manche Inhalte auf Instagram zur Verfügung, die in einer freizügigeren Version auf OF zu sehen sind. Ihr Kanal auf OF ist tatsächlich kostenlos. Es gibt bestimmte Inhalte, für die man zahlen muss. Das ist ja auch krass, also die kriegt ja nicht mal ein Monats-Abo, aber die postet so viel, dass die einfach eine Mille im Jahr an Umsatz machen kann. Und einiges davon ist ein bisschen fragwürdig. Beispielsweise der Kanal Trashkurs hat eine humoristische Analyse ihres OF-Kanals gemacht und die haben festgestellt, dass dort ein Video online ist, wo Kinder im Hintergrund zu hören sind. Anne produziert in diesem Video OF-Content und im Hintergrund hört man ihre Kinder. Okay, das kann ich nehmen. Und das ist halt... Kinder, Leute, Kinder. Also man hat einfach wirklich gerade, ähm, Kindergeschrei klingt gerade so, als ob es die Kinder... Gespielt. Ja, also die haben gespielt oder so. Einfach Kinderlärm. Und sie zieht da ihr weißes Schlaft-T-Shirt hoch. Es ist wirklich ein Schlaft-T-Shirt. Und zeigt kurz ihren... Wie es sieht aus wie ein Sport-BH. Ach so. Und da siehst du keine Lippen. Ihre Etage hier oben. Also siehst du einfach nur die oberste Etage. In diesem Ausschnitt hört man das hier recht schlecht. Deswegen zeige ich euch eine zensierte Version. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn sie von zu Hause arbeitet, dann kann das schon mal passieren, dass etwas zu hören ist. Bei dieser Art von Content finde ich persönlich das sehr, sehr fragwürdig. Und auch beispielsweise der Kanal Trash-Kurs beziehungsweise die Person haben dasselbe Empfinden. Dass das total fragwürdig wirkt, scheint aber Anne gar nicht zu berühren. Denn sie hat ja den Clip trotzdem hochgeladen. Auf Annes Instagram-Account wird auch nicht nur etwas für Mamas gepostet, sondern man findet auch sehr freizügigen Content. Bilder, die Anne beispielsweise in Unterwäsche zeigen oder in bestimmten Posen. Und der erste Beitrag ist auch ein Teaser, der wahrscheinlich eher von der Seite gepostet wurde, aber auch in ihrem Account auftaucht. Ja, das ist ein Teaser für eine Erwachsenen-Webseite. Manche Leute stellen in Frage, was denn daran schlimm sein soll, wenn man sich als Mama auszieht. Aber das kritisieren ja die meisten gar nicht. Denn ehrlich gesagt, ist nichts Schlimmes daran. Man kann sich natürlich streiten, ob derartige Posen oder Teaser für ihren Account auf ihrem Kanal auftauchen müssen. Vor allem, wenn ihre Kinder und alle Freunde ihrer Kinder das im Internet auch sehen können. Aber dennoch ist es ihre Sache. Aber man kann nicht ausschließen, dass sie mit diesem Art von Content auch gewisse Männer anlockt und die sie abonnieren, in der Hoffnung, dass vielleicht mehr von dieser Art Bilder kommen. Einen genauen Einblick in die Zahlen. Haben wir natürlich nicht. Ihr Account enthält bestimmte Links und da wird auch ihr OF-Link aufgeführt. Unter ihren Bildern steht nicht, hey, geht auf meinen OF-Kanal. Aber Anne Wünsche geht relativ offen, sogar sehr offen damit um, dass sie einen hat. Jetzt stelle ich mir natürlich trotzdem die Frage, welche Leute folgen ihrer 10-jährigen Tochter? Sind das alles Mamis, die die Tochter einer Influencerin unterstützen wollen? Oder sind dazwischen vielleicht auch ein paar Zwielichtnige gestalten, die solche Art von Videos für ihre eigenen Zwecke missbrauchen können? Und auch wenn man vielleicht aus Spaß diese Art von Videos dreht, diese Art von Bilder, egal wie harmlos sie vielleicht für euch wirken, können im Netz für besondere Vorlieben missbraucht werden. Harmlose Videos, in denen die Jungs spielen, aber heftige Kommentare. Hier schreibt einer, er würde die beiden gerne zu seinen Sklaven machen. Mir stellt sich schon gar nicht mehr die Frage, ob sie zu jung ist für einen Social Media Account, denn meiner Meinung nach und auch laut den Richtlinien ist sie es auf jeden Fall, egal ob der Kanal oder die Kanäle von ihrer Mutter geführt werden oder nicht, sondern ich stelle mir die Frage, was ist denn die Intention dieses Kanals? Wofür braucht eine 5-Jährige einen YouTube-Kanal? Wofür braucht eine 10-Jährige einen Instagram-Kanal? Denn laut Anne darf sie ja gar nicht selbst entscheiden. Das wird überwacht. Sie darf nicht mal selber was liken. Vielleicht ist es ein Spaß, vielleicht ist es aber auch ernst gemeint. Aber wenn, dann den Account zusammen. Ich entscheide alles, weil zu 10 kann sie noch nichts entscheiden. Ich darf nicht mal kommentieren. Nein, nicht mal liken. Ja, man kann der Tochter nicht schreiben, weil die Nachrichtenfunktion ausgestellt ist. Aber jeder Hans und Franz kann ihr folgen. Das heißt, hier kann nicht mal eine manuelle Prüfung erfolgen, ob sie überhaupt will, dass ihr so viele unterschiedliche Personen, wo sie nicht mal den Hintergrund kennt, folgen. Und auch wenn man ihr nicht schreiben kann, hat sie letztens eine Fragerunde veranstaltet, wo man in einen kleinen Sticker schreiben soll. Und da, so wie das Internet eben ist, hat sie eben geschrieben, lösch dich. Wurde das von Anne abgenommen? Findet sie das auch lustig, dass ihr Kind das beantworten will? Und welche Sachen wurden vielleicht von fremden Personen geschrieben, die sie nicht veröffentlicht hat? Natürlich ist die meiste Kritik oft, wie wirkt sich Social Media auf eine so junge Psyche aus? Wie wirkt es sich aus, Kinder so früh vor die Kamera zu setzen? Sie für die ganze Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Vor allem, wenn das Internet nicht vergisst. Häufig kommt das ab. Du brauchst ja dann diese Bestätigung. Also ich stelle mir das so, wo wenn man einem Kind das beibringt, dann wird sie ihr Leben lang so nach dieser Bestätigung suchen, egal was sie macht, wie gut das ankommt. Und das ist schon eine sehr fragwürdige Erziehung, muss ich sagen. Also der Impact, den das Ganze hinterlassen wird. Argument, dass es Kindern später unangenehm sein kann, dass die Eltern vielleicht nicht weit sich denken können und es zu Situationen kommt, dass diese Aufnahmen, spontanen Aufnahmen, die vielleicht in dem Moment lustig waren, später zu Folgen führen können. Beispielsweise, dass Kinder gemobbt werden. Viele der Kinder begreifen nicht, dass tausende, Millionen von Menschen ihnen zuschauen und die Eltern begreifen vielleicht die Folgen auch nicht oder sie ignorieren sie. In Miley's Fall sind es keine Millionen von Menschen, aber es sind doch beachtlich viele. Unter dem einzigen Video, wo die Kommentare wahrscheinlich nicht automatisch von YouTube deaktiviert wurden, denn das ist nämlich so, dass wenn das spezielle Kinderkanäle sind, man dort nie kommentieren kann. Das ist von YouTube normal und das ist so geregelt. Kann man viel positives Feedback finden und zwar wie süß doch die Miley ist. Sie ist so süß, sie ist so niedlich, auch die ist so, so süß. Welche Personen sind das, die sich aktiv den Kanal einer Fünfjährigen anschauen? Das sind keine Kinder, das sind alles Erwachsene und ja, das sind vielleicht Mamis, Aber was, wenn das fragwürdige Personen sind? Ein Instagram-Kanal für eine 10-Jährige, über 30.000 Follower, die von Mama kommen. Mamas Instagram-Account, der nicht nur... Bro, was sind das denn für Bilder? Hä? Was sind denn für ein Twitch? Okay, also... ...von Mama kommt. Mamas Instagram-Account, der nicht nur mit Familienkönnen auffällt, sondern auch Links für ihren OF-Account. Welche Zielgruppe kommt damit rüber? Ist das nicht mischt? Also, wenn man... ...wenn man Onlyfans macht, etc., so... Warum postet man dann noch so eine Bilder, wo man so liegt und so... ...auf dem Kanal von der Tochter, so... Ich verstehe es nicht. Dann poste doch wenigstens nur Bilder, wo du selber... ...wo deine Tochter alleine zu sehen ist, wenn du schon diesen Schritt gehst. Damit die nicht... ...die Leute, die sich für dich interessieren, dann ihr folgen oder sowas so. So... Weiß ich nicht. Ist das... Egal, wie man es dreht und wendet. Es ist so... Es ist so... ...chwachsinnig. Sind es nur Mamis, die, wie gesagt, das Kind einer Influencerin unterstützen wollen? Oder vielleicht auch andere? Die Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht denke ich auch zu pessimistisch. Also, bei dieser großen Reichweite muss man einfach pessimistisch denken. Ganz ehrlich. Also, es gibt viele kranke Menschen. Ich sage nicht, dass der Großteil ihrer Unifan-Zuschauer das sein wird. Nein, aber ein kleiner Teil mit dieser großen Reichweite erreichst du halt auch einen kleinen Teil, der so denkt. Der krank ist. Und seine Tochter dann so... Vielleicht denke ich aber vorsichtig. Vorsichtiger als andere. Manche sagen, dass sich hier das Jugendamt einschalten sollte. Natürlich steht hier die Frage, ob hier wirklich Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Einem Kind ihren eigenen YouTube-Kanal zu geben oder auch einen eigenen Social-Media-Kanal, der, wie bereits erwähnt, auch von der Mama geführt wird, wird vermutlich nicht unter Kindeswohlgefährdung zählen. Dass man Kinder im Hintergrund eines OF-Beitrags hören wird, zählt vermutlich auch nicht zu Kindeswohlgefährdung. Man kann ihren Erziehungstil kritisieren. Ob das Ganze ein Fall fürs Jugendamt ist, ist schwer zu beurteilen und würde ich mir auch nicht anmaßen. Es gibt andere Methoden zum Schutz von Kindern im Netz. Beispielsweise, dass sie ein Recht auf Privatsphäre haben und dass es bestimmte Arbeitszeiten gibt, an die man sich als Elternteil halten muss. Das Ganze ist aber meiner Meinung nach so lasch und wird kaum wahrgenommen. Ich meine, durch die ganzen großen Familienvlogger an, irgendwie kann es ja nicht so wichtig sein, dass das Kind ein Recht auf Privatsphäre hat, wenn es in jedem Thumbnail zu sehen ist. Zwar gibt es ja auch bestimmte Altersgrenzen, wie beispielsweise, dass Instagram erst ab 13 ist, aber das Ganze wird ja geschickt umgangen, indem man sagt, hey, dieser Kanal wird von der Mama betrieben. Und schon sind wir anscheinend aus dem Schneider. Zwar postet beispielsweise, meine ich hier Storys, Spiegel-Selfie oder irgendwie das oder hier eine Fragerunde, wo ich mich da frage, okay, Anne ist ja gerade irgendwie woanders, sie ist ja nicht mal in der Wohnung, laut ihrer Story. Wie genau kontrolliert sie das? Vielleicht kommunizieren die hier bei WhatsApp. Würde mich schon interessieren. Anscheinend kann man das einfach machen. Anscheinend kann man eine 10-Jährige auf Instagram lassen, indem man sagt, naja, aber der Kanal wird ja von der Mama betrieben, ne? Nicht nur, dass man nicht einschätzen kann, wie sich das psychisch auswirkt, sondern das Problem ist, dass man hier auch Optionen schafft für Menschen, die vielleicht nicht nur Positives zu sagen haben. Die, die vielleicht nicht nur sagen wollen, ach Mensch, ist die süß. Sondern das Internet ist böse. Das Internet ist in den meisten Fällen richtig, richtig böse. Beispielsweise die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian. Auch sie hat einen Account gemeinsam mit ihrer Mutter, wo die Kommentare deaktiviert sind, sodass man nicht kommentieren kann. Aber die Leute laden das auf anderen Profilen hoch, um sich dann da unterhalten zu können. Und dabei sind die Meinungen gespalten. Entweder feiern die Leute das Kind oder sie machen sich über sie lustig. Und das tut schon Erwachsenen weh. Und jetzt stelle ich mal vor, die Leute erreichen Kinder. Ja, die Kommentare sind hier deaktiviert. Ja, man kann ihr nicht schreiben. Die Leute finden immer einen Weg, um dir zu sagen, dass irgendwas komisch aussieht. Und selbst wenn die Kommentare auf diesem Profil deaktiviert sind, diese Vorsichtmaßnahmen wurden früher, auch bei Annas Profil, wo das Kind deutlich zu sehen ist, nicht getroffen. Auch auf anderen Kanälen, wie beispielsweise Anne Wünsches Kanal, sind die Kommentare offen. Und in den Kommentaren wird die kleine Miley mit dem OF-Kanal ihrer Mutter konfrontiert, dass sie zu viel geschminkt sei, dass sie einem Leid tun kann. Und selbst wenn sie zu Hause keinen Zugriff auf die Kommentare hat, kann Anne nicht überwachen, was beispielsweise in der Schule ihre Mitschüler ihr zeigen. Selbst wenn man das ignorieren kann, und man es irgendwie schafft, dass diese bösen Nachrichten von einem wegbleiben, dass man das nicht kommentiert, dass man die Kinder Kinder sein lässt und diese Art von Kommentaren nicht an das Kind rankommt. Selbst wenn es das ist. Das Problem, was entsteht, ist, dass private Infos von wildfremden Personen genutzt werden können, um etwas Negatives auszurichten. Wenn du so viel von deinem Kind verrätst und es so viel zeigst, wird es nicht nur Positives mit sich bringen. Nein, man kann sich nicht nur damit rausreden, dass man ja was gegen... steckt lieber eure Energie in die Menschen, die solche egenhafte Sachen mit den Bildern anstellen. Ja, ist halt... Das macht man auch. Das stimmt. Natürlich. Natürlich stimmt das und natürlich macht man das auch. Aber als Mutter, als Mutter hast du natürlich eine Verantwortung. Ja, das ist ja nicht selbstbestimmt, was deine Tochter dort macht. Von daher solltest du mal Verantwortung dafür übernehmen. Lass uns lieber zusammentun und aufdecken, wer dahinter steckt. Ja, ich denke halt viele dahinter, es ist halt eine Krankheit und die kannst du halt nicht ausrotten leider. Den Finger, statt mit dem Finger auf die Eltern zu treiben. Na doch, du bist verantwortlich für dein Kind. Lass uns lieber all die Wut, den Ekel und den Hass auf die Menschen richten, die wirklich das Schlimme tun. Also so leicht kann man halt davon nicht ablenken. Diese Schweine tun muss, denn diese Schweine werden nie aussterben. Man kann versuchen dagegen vorzugehen, aber man kann auch versuchen, sein Kind zu schützen. Man kann versuchen, sein Kind nicht so früh in die Öffentlichkeit zu lassen. Man kann versuchen, sein Kind nicht von so vielen Personen kommentieren zu lassen. Und man muss auch nicht jeder wildfremden Person ermöglichen, seinem Kind zu folgen. Also man grenzt ein, dass man Nachrichten schreiben kann. Man sagt, ja, ich werde auch darüber entscheiden, wem du folgst, was du likest. Aber dem Kind kann jeder folgen, wofür das Ganze. Weil das Kind einen so an... Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die da Werbung schalten, etc. so, aber vielleicht ist es ein Vorteil, aber jemand, der Onlyfans macht, ich glaube nicht, dass das einfach so ein Spaß ist, sondern dass man da schon denkt, so ey, wenn sie es machen will, okay, gut, sowas läuft auch gut, dann kann ich kommerziell vielleicht auch nochmal ein Gewinn rausholen für mich oder für die Familie, wie auch immer. Also da wird es schon kommerzielle Absichten dahinter geben und nicht nur so ein Ausspaß, ja, dann soll doch meine Tochter mal die Spaß haben mit dem Insta-Con, wenn ich es unbedingt möchte, mir nachmachen will, so okay. Ich glaube nicht, dass sie da so blauäugig ist, sondern dass sie schon gut, dass das schon alles gut durchdacht ist, so und von daher ermöglicht man natürlich so vielen Leuten wie möglich mit zu folgen, die Reichweite zu steigen, den Wert zu steigen. ...angebettelt hat und ich war am Anfang dagegen, kann man da nicht einfach sagen, nein Schatz, du bist zu jung. Mit vier bist du zu jung, mit fünf bist du zu jung, mit sechs bist du zu jung, mit zehn bist du auch noch zu jung. Wenn das Kind jetzt mit 14 zu dir kommt und sagt, Mama, ich möchte auch OF machen, sie kam halt auf mich zu und meinte, sie möchte auch ganz, ganz viele Videos drehen, sagst du dann, ja, du bist ja eigentlich zu jung für, aber wir machen das einfach so, dass da steht, der Account wird von der Mama geleitet und dann sollte das doch eigentlich in Ordnung gehen, oder? Macht diese Argumentation ja, vielleicht hat sie ihre Kontrollmechanismen und schützt das Kind wirklich weitestgehend. Wie lange geht das gut? Und warum hält man sich nicht einfach an die Vorgaben? Warum sagt man nicht einfach, okay, Instagram ist ab 13, dann lassen wir es doch einfach sein, dann warten wir ab, bis sie 13 ist und ey, vielleicht hat sie dann einfach einen privaten Account und es müssen ihr nicht 30.000 Leute folgen, von denen... Zum Beispiel, zum Beispiel, einfach einen privaten Account, wo vielleicht einfach nur die Familie erstmal folgt oder die Bekannten. müssen ja auch nicht direkt Fremde folgen, Du bist ja auch ein Kind, als ob ein 10-jähriges Kind den Unterschied so sehr verstehen wird, ob jetzt 30.000 Leute folgen oder nur 50 oder 100 Leute, die man kennt, so. ...den man nicht mal weiß, warum sie einer 10-Jährigen folgen wollen. Und ich würde natürlich auch von euch gerne wissen, wie seht ihr denn das Ganze? Findet ihr das übertrieben? Sagt ihr, ja, es ist halt ihr Kind und sie darf auch darüber entscheiden? Oder kann man vielleicht nicht vorsichtig genug sein? Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreibt, auch einen Daumen nach oben gebt und mir auch ein Abo dalasst, damit wir uns ganz, ganz schnell nächste Woche wiedersehen bei einem neuen Video mit eurem Girl. Mua! Ja, also gutes Video ganz weirder Scheiß, muss ich es einfach sagen. Äh, also, ein kleines Kind, wirklich, ich weiß, dass das halt so in ist und jeder möchte das so machen. Ne, also jeder im Umfeld machen das auch alle, etc. Aber, da muss man schon als Elternteil sich dagegen stellen. Vor allem, wenn du selber eine große Reichweite hast und dann das Kind direkt eine sehr große Reichweite haben wird und wie wird es damit umgehen, etc. Naja. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und folgt euch, wie ihr euch diese Reaktion gefehlt. Lasst gerne ein Like und ein Abruf zum Kanal. Ansonsten müssen wir das nächste Video. Haut rein!